Die Toolbox hier ist perfekt für kleine Handwerker und was alles im Satz enthalten ist, das schauen wir uns jetzt an. Der Satz beinhaltet wirklich alles, was der kleine Handwerker braucht. Da ist zum einen ein Hammer, dann eine Säge, ein verstellbarer Schraubenschlüssel, eine verstellbare Zange, ein Neuschlüssel und ein Ringschlüssel, eine Pfeile, ganz wichtig auch eine Wasserpumpenzange und natürlich ein kindersicher funktionierender Akkuschrauber. Der Akkuschrauber hat dann noch drei Einsätze, so dass ich einmal einen Bohrer habe, einen Schlitzschraubendreher und einen Kreuzschlitzschraubendreher. Und dass das auch gleich losgehen kann, sind im Satz auch die passenden Schrauben und Muttern enthalten. Und in der praktischen Kiste ist alles schnell aufgeräumt und der kleine Handwerker hat sein Werkzeug immer griffbereit. Kiste 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 K